Hallöche liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir sind wieder da und wir befinden uns jetzt im Finanzviertel. Wir sind aus dem Hotel geflohen, aber unsere Ausgangsposition ist nicht wirklich besser. Wir sind jetzt hier wieder auf reichem Gelände und da vorne sind jede Menge Herrschaften. Drei Stück zähle ich hier. Da drüben scheint es einigermaßen safe zu sein. Vielleicht können wir die mit ein bisschen Glück ja auch einfach umlaufen. Wir gucken mal. Da vorne sind auch zwei im Gebäude sind die. Aber wie gesagt, vielleicht können wir die irgendwie umgehen. Da ist einer. Ich schätze mal oben. Da drüben ist auch einer, aber das macht nichts. Der eine, meine Lampe flackert. So. Habe ich jetzt auch auf Aufnahme gedrückt eigentlich? Ja, habe ich. Da vorne ist auch einer, aber den können wir vielleicht auch versuchen zu umlaufen. Beziehungsweise wir beobachten mal. Der läuft da oben. Patrouille, ja alles klar. Frage ist, was läuft da dann? Wir müssen, wenn jetzt, dann zugreifen. Dann kommen wir hier rein. Jo. Hier ist aber auch nichts tatsächlich. Das ist ganz gut, weil dann können wir nämlich... Ist hier irgendwas zu mitnehmen? Da liegen ein paar Sachen. Wo ist denn der Typ gerade? Oh. Okay. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Das Zeug möchte ich ganz gerne mitnehmen. Okay, das ist voll. Haben wir hier noch was? Ne, sieht nicht so aus. Oh du Scheiße. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich hätte den Typen ganz gerne, glaube ich, ausgeschalten. Einfach... Können wir den hier reinziehen? Geht das? Ich weiß es, also ich weiß nicht, ob man den hier reinziehen kann quasi, dass man den hier drin aufs Maul haut. Ich glaube aber nicht, ne? Hi. Na, was geht ab? Alles fit? So, warte mal. Da unten ist nichts. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Okay, die Frage ist, wo müssen wir hin? Wahrscheinlich müssen wir hier gar nicht lang. Oh, danke. Ist hier jemand? Ne. Okay, dann können wir uns vielleicht gerade mal in Ruhe verarzten. Puh. Jetzt würde ich gerne zwischenspeichern. Müssen wir natürlich auch aufpassen. Ja, der Spongo sieht uns nämlich, wenn wir nicht aufpassen. Ah, ich hätte den, glaube ich, besser ausgeschaltet. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der uns noch die Party vermiesen wird. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht lang, ne? Oder? Natürlich nicht. Scheiße, Mann. Okay, 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 okay. Warten wir mal gerade, bis der weggelaufen ist. Wo ist denn der jetzt? Der guckt uns jetzt gleich hier hin. Also, der guckt jetzt gleich hier vorne hin. Und sobald er dann in die andere Richtung läuft, können wir auch weitergehen, hoffe ich. Sag ich mal, wo ist er? Da steht er und glotzt dumm in der Gegend rum. Ich bin, ich bin hoh. So, jetzt läuft er weg. Und jetzt können wir mal probieren. Und mal gucken. Da müssen wir wahrscheinlich hin, ne? Denke ich jetzt einfach mal. Okay. So, wie sieht es hier aus? Hier ist nichts. Sehr gut. Da vorne sind die anderen drei Herrschaften. Hier ist soweit alles clean. Fürs Erste. Jetzt ist immer noch die Frage, wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Haben wir hier noch? Hä? Warte mal. Hier müssen wir nicht lang. Hier müssen wir auch nicht lang. Können wir vielleicht einen Aufzug oder sowas rufen? Bin ich jetzt total bescheppert? Warte mal, was ist denn? Haben wir einen Auftrag oder sowas irgendwo stehen? Warte. Maximale Gesundheit können wir erhöhen. Lauschmodus Distanz. Heiltempo. Das machen wir gleich mal. Artefakte. Nee. Wo zum Teufel? Müssen wir hin? Hier geht es auch nicht lang. Da drüben auch nicht, oder? Hätten wir da hinten aufs Dach gekonnt? Nee, auch nicht. Nee, das war zu. Warte mal. Lassen wir es mal kurz wieder hier rüber. Crouchen. Der Typ sieht uns gleich. Verdammte Scheiße. Okay, hat uns nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich hätte halt jetzt gedacht, wir müssen hier seitlich hin. Das hätte irgendwie am meisten Sinn ergeben. Aber ich glaube, da war nichts, ne? Na komm, bewegt doch mal deinen hässlichen Arsch da oben weg jetzt. Idiot, das ist jod, Freundchen. Das reicht. So. Gehen wir hier rüber. Können wir hier gerade nochmal gucken. Aber ich meine, hier war nichts. So, das Tor kriegen wir nicht auf. Oh, lecker. Gebratene Ratte. Oder? Nein. Wobei, gibt es hier vielleicht irgendwie so einen Stromkreislauf oder sowas, den wir vielleicht... ...aktivieren, deaktivieren müssen, irgendwas? Nee. Fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Hi. Hm. Dann lass uns doch nochmal in die Bude reingehen vielleicht. Aber eigentlich... Kommen wir den LKW hier nochmal hoch? Nein, nein, da war nichts. Hier ist nichts. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir haben da ein bisschen Action gemacht, das ist nicht so gut. Es hat so gut angefangen, ne? Kommt da jetzt jemand? Okay, da haben wir einen. Gut gemacht. Hä, was machen die denn? Wohren die denn jetzt hin? Ist der Typ da oben noch da? Ja, der ist noch da. Na ja, auf wen schießen die denn? Alter. Hä? Hä, wieso treffe ich da nicht? Na komm. Wer will noch was, hä? Du? Warte mal. Ich muss mal den jetzt mal auf die Seite. Der ist down, ne? So, wir müssen jetzt gucken. Da hinten war einen. Oh, Ellie, alter. Nice. Halt, halt, halt. Ich will die Waffe mitnehmen. Bam. Ach, da haben wir einen. Hä? Hi. Wollen wir weg damit? Du wirst jetzt nicht... Du wirst dich selbst... Versuchst du dich hier zu töten oder was? Scheiße, ich hab Messer verschwendet. Egal. Egal, egal, egal. Ach da. Boah. Hey, du Pisser. Alter, Ellie. Wo ist der denn? Ach, da oben, ne? Ach, ne, hier unten. Boah, hab ich gesessen. Shit, 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 shit. Oh, scheiße. Du bist der lebe, ich der Arschloch. Will ich gar nicht. Ich glaub, du bist tot. Bruder. So, wie viele kommen denn da jetzt noch? Alter. Nein. Fick nicht. Gehen wir mal schon in Deckung? Wir müssen uns heilen. Boah. Nein, daneben. Oh, fuck. Blattner. Ja, das dauert viel zu lange. Nein. Tropolition war leer. Ja, das funktioniert so nicht. Ne, das war auch dumm. Es war dumm, dass die uns da... Jetzt haben die uns aber noch nicht gesehen, oder? Wissen die, dass wir da sind? Ja, scheinbar, ne? Guck mal, hier ist ein Safepoint gewesen. Toll. Können wir doch mal... Lass uns mal versuchen. Gehen wir grad hier. Können wir uns ein... Ja, wo können wir? Machen wir uns erstmal schnell ein Medikit. Zack. Dann können wir eins davon benutzen. Dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen Ingredients mitnehmen. Palm. Okay. Hier, zack. Den Lumpen nehmen wir mit. Shit, 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 shit. Fuck. Na? Alter. Okay. Boah. Übel. So, lass mal gucken, dass wir hier grad mal nachladen eben. Dann, äh, die Waffe mal wechseln. Wechseln wir mal auf die Schroti. Okay, die gehen da rüber. Können wir mal probieren vielleicht. Oh, scheiße! Schnappt ihn! Fuck. We're strong. Wir kommen hier hoch. Und hier rein. Zack. Okay, ich glaub, hier oben sind wir erstmal ganz safe. Das ist erstmal ganz gut. Jetzt gucken wir uns hier oben grad nochmal schnell um. Ich glaub, hier war nichts mehr, ne? Boah, alter. Hey, 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 hey! Na? Spielt ihn auf! Ich werd hier suchen, Mann. Du, zieh! Hey! Scheiße! Ja, es geht ab. Kommt da noch einer? Ja. Okay, 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 okay. Da war aber noch einer, oder? Nee. Okay, den einen hätt ich, glaub ich, ganz gerne noch geholt. Warte mal. Das ist nur noch der eine, glaub ich. Das waren die beiden schwergepanzerten. Wo ist denn der Pisser jetzt hin? Da ist er ja. Na? Was geht? Danke. Ich hab aber noch einen gehört. Da ist er nicht, wo ich bin. Da. Okay. Einmal angehittet. Dann holen wir mal die Pistole. Wo ist der? Okay, ihr könnt kommen. Hier? Ach, ich hätte, ich, wir mussten die sowieso töten. Ach so. Lol. Ich hab's mal früher gewusst. Wie war ich? Wie war ich? Wie wär's mit etwas In deiner Größe Ist nur für den Notfall Okay Ist klar Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich Okay Du musst Du musst Respekt haben Das ist kein Joel Ich passe auf Okay Voll süß, wie er sich immer Sorgen macht, ne? Dabei kriegt Ellie das, glaub ich, ganz gut hin Was ich dir Ach du Scheiße Oh Gott, was ist denn hier passiert? Firefly Notiz Wir brauchen die Fireflies nicht Sie mögen den Kampf begonnen haben Aber wir haben die ganze Arbeit gemacht Auf den Straßen Das ist unser Blut Ich will den Kampf nicht Wie sie auf andere Städte ausweiten Sie müssen sich Äh, was? Sie müssen sich die Unabhängigkeit für ihre eigene Stadt verdienen Und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly Anführer Der auf der anderen Seite dieses Landes sitzt Wir sollten uns ihrer entledigen Bevor der Kampf zu Ende ist Das ist unser Land Unser Volk Und ich sehe keinen Grund Warum wir uns nicht auch selbst regieren sollten Hm Okay Das ist ja lecker hier Mh Klappt ja gut Mit dem Selbstregieren Klappt wirklich gut Wunderbärchen Die Hintestile Die Leute hier Dann geht's da lang Warte mal Ich möchte jetzt Jetzt kann man hier in Ruhe noch ein bisschen gucken Und ein bisschen looten Hier ist doch noch die eine oder andere Bude Hier haben wir zum Beispiel auch noch was Ein paar Lumpen Ein Baden-Algohol Das ist ja nie verkehrt, ne? Lebenenergie ist voll Da drüben haben wir nix Hier ist auch nix Hier ist auch nix Gehen wir mal nach oben Wir hatten ja auch die Typen oben noch erledigt Vielleicht können wir da ja noch ein bisschen was Mitnehmen Ich hoffe, dass es nicht gedespawnt Ich glaube, waffenmäßig sieht es auch nicht so prall aus, ne? Können wir mal nachladen, die Wumme Haben wir den ja erledigt Nein, die sind tatsächlich gedespawnt Oh nein, das ist doch scheiße Ah, fuck it Das ist echt scheiße Hell, fuck you Na gut Okay, ich denke mal, wir müssen hier lang, ne? Oder? Ja Genau, und das Tor Na, dann machen wir das aber mal Komm, scheiß drauf Wir werden schon noch genug Muni finden, hoffe ich Aber hoch mit dem Lachs Gar kein Thema, Mann Gar kein Thema Was ist da? Hilf mir mal damit Ich mach mal zu, oder was? Besser ist das, wa? Ah, wer weiß, wer weiß, was da noch so kommt Dann nehmen wir mit das Zeug Da können wir nach oben gehen Ja, müssen wir auch wahrscheinlich, ne? Ja, klar, wir brauchen das Ding hier Klar Deshalb kann man das doch wahrscheinlich unten drunter rausziehen Easy going Einmal hier rum Putz So Bitte föhnen Okay Ellie, komm, Schmidt Was? Und hier hoch Sehr gut Okay Da haben wir eine Waffenwerkbank Nice, da gucken wir jetzt gleich mal Dann können wir hier auch mal nach diesen Pillendingern gucken Wir haben ja auch genug gesammelt Maximale Gesundheit Lauschmodus Distanz Heiltempo Messermeister Ich glaub, darauf sparen wir hin, oder? Ich glaub, das kann vor allem ich gut gebrauchen Mit dem Klicker So, was haben wir hier? Mal los Da möchte ich dann, glaub ich, ganz gerne nochmal in die Kommentare gerade gucken Warte mal Ihr hattet mir ein paar Tipps da reingeschrieben Und da möchte ich gerade mal kurz checken Was hat ihr da so reingeschrieben? Ich mach ein kurzes, äh, kurzes Break Moment So, jetzt hab ich mal geguckt Ähm, also ihr habt geschrieben Auf jeden Fall Jagdgewehr und Bogen Sollen wir auf ein bisschen verbessern Lass uns einfach mal beim Jagdgewehr Vielleicht das Zielfernrohr tatsächlich drauf prügeln Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht Und dann können wir den Schaden vielleicht noch ein bisschen erhöhen Oder? Oder machen wir Magazinkapazität Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Vielleicht machen wir das jetzt allererstes Mal Pam Nachladetempo Das brauchen wir jetzt nicht Vielleicht machen wir einfach am Bogen noch ein bisschen was Oder Schrotflinte Reichweite Nachladetempo können wir jetzt hier nur machen Oder Magazinkapazität Aber das geht auch nicht Also nur Nachladetempo möchte ich aber nicht Möglichst das schnellere Zielen der Waffe Ja, komm, machen wir das Ach nee, warte mal Das haben wir sogar schon Reichweite Dann lass uns die Punkte aufheben So, warte mal Jetzt haben wir doch Vor unserer Jagdgewehr Ein schönes Zielfernrohr, oder? Wie nutze ich das? Ah Okay Luft anhalten kann er nicht Naja, macht nix Okay Fuck, 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 fuck Alter Alter Da ist ziemlich viel los, weißt Ja, das ist ganz schön Ja, das ist ganz schön Ja, das ist ganz schön Das ist ganz schön Wir haben das, ja Ja, ja Wie gerne würde ich auf die Typen einfach nur einknüppeln, Alter, ganz ehrlich Gehen wir zur Brücke Okay Einfach von morgens bis abends fett verprügeln Das wär's mal Das wär das, was die bräuchten So Mal gucken, ob wir es zur Brücke noch schaffen Ich weiß ja nicht Und ob die Brücke wirklich das Allheilmittel ist, glaube ich auch irgendwie noch nicht Da wird uns bestimmt auch noch irgendeine schöne Überraschung erwarten Da bin ich fast schon überzeugt von Okay, okay, okay We have some Besuch, glaube ich Ellie, geh mal aus dem Weg, bitte Ja, lass die mal gehen Lass die gehen Das war Wenn man das hört Wenigstens haben sie Angst Du musst trotzdem waschen bleiben Ich meinte nur Es ist gut, dass du bei mir bist Das war ein Kompliment Dass wir zu zweit sind Ja, lass die Typen ruhig mal nach unten weglaufen Solange die uns hier oben nicht irgendwie In die Quere kommen Würde ich die Munition ganz gerne aufsparen Und mich mit denen gar nicht anlegen Ich glaube, hier kommen wir gleich raus Kann das? Ich weiß es nicht Sieht so aus Die sind immer noch unten Okay Ah, hier kommen wir runter Nice Na, dann machen wir das mal Ich hoffe Hier ist nichts Alter, hier gibt's Donuts Boah, geil Da hätte ich jetzt Bock drauf Ein paar richtig schmackhafte Donuts Musik Pick your thing Leave somehow Our Blackbird song is over now Mouths are dry, we've run